Oh, die Tee-Pause hat mir gut getan. Oh, war das lecker. Om nom nom. Om nom nom Tee. Was? Ich hab gar nicht geguckt, ob ich speichern kann. Nein. Oh, hier ist auch noch gar nicht alles gut. So ist alles viel besser. Clementine. Oh, Clementine. Lass uns gehen. Hier sind bestimmt keine Zombies. Alles ist friedlich. Und ich wünschte, ich könnte Shift drücken, um schneller zu laufen. Aber ich erinnere mich, mein Bein ist kaputt. Und ich frag mich, ob das für immer kaputt sein wird. Und ich will das aufmachen. Boah, bist du ein starker Mann. Gehen wir mal hier so weiter. Den Teil hier kenne ich übrigens mal noch. Sicherlich. Nein. Aber ich bin nicht gut. Lieb. Nein, ich bin nicht gut. Ich bin kein Zombie. Oh, damn. Du hast eine kleine Mädchen. Wir sind sorry über das. Well, Andre ist sorry über das. Es ist Officer Mitchell. Es ist Officer Mitchell. Mein Titel ist wichtig in einer Zombie-Katastrophe. Mein Name ist Sean. This is Andre. Officer Mitchell. Seid mir mal ehrlich. Ich bin einfach nur irgendwer. Oh, Sean hat bemerkt, was ich gesagt habe. She's alone? Yep. Whoever you are, let's get a move on. We just were... Oh, shit. It's Chad. Ah, süßer. Ein Zombie. Let's go. Get to my car. Go. Ja, Officer Mitchell hat gesagt, geh ins Auto. Los, Officer Mitchell, schieß. Schwach, Officer Mitchell. Da hat der Schiss davor, einen Zombie zu überfahren. Ist das zu fassen? Und wie ist dieser Officer Mitchell an seinen Officer-Titel gekommen? Ah, jetzt sitzen wir wieder im Auto. Wie am Anfang. Wieder mit Polizisten. Und die surfen da an ihrem Laptop. YouTube. Wer weiß. Say hi to your dad, man. Yeah. I'm sorry, Sean. Chad was a good dude. One of the best. Einer der besten. Take care, you two. Werden wir tun, werden wir tun. Tschüss, Officer Mitchell. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I ran into Andre outside of Atlanta. And, uh, Chet. He got killed. No. You're kidding. Those things got him. Dad, I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. You've brought a couple guests. You just need a little help, huh? We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run to bed and breakfast. So, it's just you and your daughter, then. Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Do you know this man? Yes. Yes, I do. I love him. Okay, then. Only ten more years, and I will marry him. It looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You. Take a seat up on the porch, and I'll go see what I have. Okay, setz me auf die Bank. Die sieht ja saugemütig aus, so ein Stück Holz da. Trugeln. Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Ah, Herschel Green. Herschel Green, can you actually officer mention? Um, Autounfall. That's so. Where are you headed before the car accident? Na, ins Gefängnis. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Na. I was with a police officer. After Mr. Popper's. Awful nice of him. Awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. And you and your daughter are welcome to rest there. And we're done here. I didn't catch your name, darling. Clem, Clementine. Clem, Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Yeah. I'm looking after until we find the pen. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we got to reinforce the fence around the farm. What happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. Ja, schön erstmal den Zaun verbessern um die Farm herum. Ah, sagen wir mal nicht scheiße. Doody. Doody? Der hätte ich ja auch shit sagen können. Doody. I miss my mom and dad. I'm not in bed, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Ich glaube, das Spiel wird mich noch ein paar Mal emotional erwischen. Auch wenn ich immer so ein bisschen lustig sein will. Was zur Hölle träumt der da? Vielleicht erfahren wir noch mehr über ihn und was da passiert ist. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, guten Morgen, Mann mit Bart. Oh, ich bin itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not your daddy. I'm your grand. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Dad! See? The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way and personally I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. I'll see what the girl is. Ah, gotta consult the missus. I understand. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Yeah. Pass mal auf das Mädchen auf ein bisschen. Ich schau mich dann, glaub ich, in der Zwischenzeit mal um. Du-du-du-du. Gehen wir mal in die Scheune. Gucken, was hier so los ist. Vielleicht finden wir hier... ...ne unsichtbare Wand. Okay. Ja, ja, ich werd mit allen Leuten reden. Na? Na? How you doing, duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. farm bill, though. I'm good. That's our thumbies outside. Do you think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Hoffentlich, sonst, sonst, ne? Sean's still working on that fence. Ich will doch nicht den angucken. Ich will mit dem reden. Kann ich dir helfen? Need a hand? That'd be great. If you could cut those two byes to length, that's sure speed things up. Oh, kein Problem. Ich schneide dir ein bisschen Holz. Oh, das sieht so echt aus. War der Typ schon Zombie? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. Oh. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kids' eyes and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. Uh. Ja. Ah, bastard. Poor girl's brain tail. Die Babysitterin von den Mädchen. I couldn't do that. Die hab ich umgebracht. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Hmm, ich hab nicht so viel Kontakt mit denen. Not too close on my favorite. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? Okay, so that's good. That's probably all I need to cut for now. Thanks. Ja, no problem, ne? Hab ich gern gemacht. Ich hab dir ein bisschen Holz geschnitten. Du hast ein bisschen schön in meinem Familienleben rumgelabert, sodass ich mich jetzt wieder emotional schlecht fühle. Hast du gut gemacht, dankeschön. Geh jetzt hier weg. Sonst mach ich mit dir gleich das gleiche wie mit dem Mädchen damals. Ha? Ah, hier kann man in den Kreis gehen. Ne Hühnerfarm. Süß. So, dann lass uns mal hier mit dem reden. Nicht angucken. Reden. Ja. Hey there, uh, Kenny. Kenny. Hast du Hilfe? Need any help? Ich will vielleicht wirklich helfen. Ich glaube, ich habe es. Glaubst du? Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids your own. Yeah, du kriegst mein Mädchen nicht. Du bekommst das Mädchen nicht. Was macht denn dein Sohn so? Wie geht er damit um? Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Eine ganz taffe Familie. Aber hast du auch einen Plan? So, what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat? I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Kachi wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Oh, ciao. Und das Boot, das werde ich dir klauen. Was machen die beiden hier, ihr Süßen? Ähm, hallo? Ist gut. Ähm, hallo? Ich will mit Katja reden. Ah, da ist Katja reden. Ah, ihr seht sehr entspannt aus. Es ist echt schön, wenn die Leute sich nicht gegenseitig essen, das stimmt. Aber was macht ihr so? So, äh, What do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and, äh, not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. Oh, wir sind sehr gebildet. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamber back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. How did you handle getting through this city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some, just, just... It's okay, it's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... The things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Things were bad before. Bad now, but they're different, you see? People are eating each other. But they weren't before. The banks, the politics, the crap. Those things are gone. Hell comes in a lot of different colors. Back in a bit. Okay, Lee. Ich glaube, ich habe ihre Laune verdorben. Sie sagt hier, die ganze Welt ist scheiße im Moment und dann komme ich und sage... Alles was schon immer scheiße. Dannil meh struggling, weill Was bringen du denn deinem Mann? Ihr seid schlechtere Menschen als ich. Ihr seid an Leuten vorbeigefahren, ihr habt sie ignoriert, und ich... Ich rette hier die arme kleine Clementine. Schäm dich. Miststück. So, und jetzt ist sie auch weg, der war hier vorhin nicht. Ein ganzes Plot. Ja, wenn du 20 Jahre alt bist, ich würde das tun, ich hätte gesagt, dass du vollständig bist. Es gab nie einen Plan, dass du hier in einem Ort so bist. Es war in der Familie, und ich glaube, so war ich. Familie ist wichtig, das alles was wichtig. Du agree mit dem? Was er gebetet, ja. Wo ist deine Familie jetzt? Eltern? Wife? Frau? Frau? Alle Tod. Oh Gott. Keine Wife. Keine Wife. Nicht mehr. Ich denke, sie ist vielleicht in Virginia. Sorry, dass du es hörst. Aber jetzt hast du diese kleine Mädchen, die sie sich anziehen. Clementine, ist es? Hast du einfach auf sie geklappt? Ja, sie hat mich gerettet. Hm. Kann ich dir ein Stück von Wissen geben? Ja, klar? Ich weiß nicht, wer du bist oder was du getan hast. Wir sagen, dass Dinge nicht besser werden, in den Städten. Oder sie werden schlimmer, bevor sie werden. Du musst auf die Honestheit der Menschen, wenn du das machen kannst. Und wenn die gleichen Leute zu fragen, du wirst in trouble. Aber zumindest du hast den Sinn, um ein Mann zu dir ein Mann zu geben. Das Ding hat jetzt wieder der Traktor angesprochen. Und das Ding nach Zombies. Und das Ding nach Zombies. Ich habe keinen gerettet. Ich habe keinen gerettet. Ich habe keinen gerettet. Mann, der ist hier. Ich habe keine Maus. Hau ihm ins Gesicht! Oh, ich glaube ich bin zu spät. Ich bin okay, Pop. Ich bin okay. Ich kann dich nicht mehr. Ich werde dich aufhören. Es hat mich fast... Es hat mich gemacht, Mann. Lee versucht mich zu retten. Ah, no, sir. Ich stand da und hab erstmal keine Entscheidung getroffen. Wegen mir bist du jetzt tot? Fuck. Get out. Ich glaube, er mag uns nicht mehr. Ich bin verleitet zu sagen, jetzt kenne ich es, aber ich muss sagen, das ist meinen Schuld. Ich bin so sorry. Wenn deine Frau immer getroffen ist, du besser hoffe, dass du stärker bist. Oder deine Freunde sind nicht cowards. Bitte. Ich bin einfach. Get out und nie zurück. Und schon wieder hat die Familie sich sein. Und ich glaube, die Vögel sind schon draußen und man könnte das hören. Das sieht auch nicht so gut aus hier. Das sieht hier ganz und gar nicht gut aus. Ich bin auch eingestellt. Und ich bin zurück. Hör uns nicht. Nein! Sollte dann können wir hier so eine starken, unabhängige Stahl haben. Wir haben Kinder mit uns. Ich sehe eine kleine Frau. Was ist das? Ich... ich habe zu schlafen. Ich werde da wieder in eine Sekunde gehen. Dann gehen wir! Sie haben Kinder, Lilly. Die Dinge außerhalb nicht interessieren. Vielleicht sollten Sie mit ihnen zusammenkommen. Dann haben Sie etwas in common. Gott, Lilly, Sie müssen diese Leute kontrollieren. Carly und Glenn einfach rausgekommen. Ich gebe keine Fliegelung. Wir sind in einer Kriegszone. Sie ist ein Asshole, das ist für sicher. Das ist, was es braucht. Du musst nicht eine B***h sein. Holy shit. Sonne of a B***h. Einer von ihnen ist gebeten. Wurde er gebeten? Nein! Er wurde nicht gebeten. Hell, er wurde nicht. Wir müssen das jetzt enden. Über mein totes Körper. Wir werden eine Schrauben lösen. Nein! Ich habe ihn gebeten. Es gibt keine B***h. Er ist gut. Nichts! Die Leute verstehen das? Wir haben bereits gesehen das passieren. Wir lassen jemanden mit einem B***h bleiben, und wir haben alle gebeten. Wir haben alle gebeten. Wir müssen ihn weg. Wir müssen ihn wegziehen. Oder schrauben ihn weg. Kenny! Stop ihn! Hey! Was machen wir mit diesem Mann? Dad. Es ist nur ein Mann. Es ist... Lilly, ich werde das machen. Ja, wir haben ihn gebeten. 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 Das ist wie ein Mann. Es ist nicht gebeten. Bitte gebeten das. Willkommen ihn textod. Er ist aufmerksam. Er ist aufmerksam. Er ist aufmerksam. Dad, wir haben ihn gebeten. Er ist aufmerksam. Sie ist aufmerksam. Es ist eine große Dünn. Lea! Ja? Es gibt jemanden da drin! Es ist gerade geschlossen. Die Beleidung ist hinter dem Kounter. Wahrscheinlich. Hey! Ich bin nicht der schlechte Typ hier! Ich bin nur aus meiner Frau. Nein, du bist nur der Typ, der beruflich für die Kinder zu töten. Er ist in Schraub. Sie finden die Beleidung! Sie werden nicht! Und wenn sie so... Das erste, was du machst, ist, in der Gesicht der Mutter. Dann, wenn sie tot ist, er wird wahrscheinlich auf deine kleine Mädchen. Sie wird schnell. Und dann, es werden drei. Dann werden wir dann mit dem dealen. Aber jetzt sind wir jetzt einfach alle raus. Dann sind wir bereit, mit dem dealen, denn dieser Junge ist... Es wird nicht passieren. Und wir werden ihn jetzt rauskissen! Boah, was ein Arschloch. Hatt ihn! Hatt ihn! Oh, wir haben verloren! Oh, wir haben verloren! Und ich bin hingefallen! Oh. Hatt ihn! Hatt ihn! Hatt ihn! Und ich bin hingefallen! Oh, oh! Button-Mashing! Ein Button-Mashing-Event, das ich nicht gewinnen konnte. Super! Oh, der Zombie im Klo war nicht so überraschend. Oh, oh, oh! Everybody down! Stay quiet! Wow! They're gonna get in! Shut up! Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and her itchy trigger finger! That was stupid! That was... Dad! Ah, a heart attack. Das tut mir leid. Was he the one bitten? No! Don't be crazy! It's his heart! My pills! Um, nitroglycerin pills? Yes, we're out! We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there! Behind the counter where the pills are! There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Uh, educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Damn, that'd be great. Well, it's gotta get done. Plus, I'm quick. And I know making. Local? Unto bespansions. Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Lily with Lily. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills.